Ich hole ihn mal, ne? Ja, ich hab aber eben auch drei und fünf. Ich hole mal den nächsten, ne? Und den nächsten, ne? Konnichiwa, ihr Ninjas da draußen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Battlefield 1. Heute spielen wir mal im Deathmatch. Mit dabei ist Fischweiß und MG. Hallo. Okay, Nummer eins. Und ein, zwei Kills, nice. Ich hab hier grad einen Stammkill. Ich glaub ich bin draußen. Oh, ich bin auch draußen. Ich hab mal der Medik wiederholt. Nein. Okay. Wenn die, hab ich hier einen Grafikkarten-Error. Okay. Dann join einfach mit dem Fall. Ja, einfach wie ich's gut gesagt. Hopfschuss. Weg mit dem. Oh, von wo? Sogar habe ich... Oh, UBS hat sich automatisch ausgeschaltet. Oh, die sitzen überall, Alter. Oh, Gott. Oh, Gott. Jetzt hat sich auch UBS geschlossen. Oh, okay. Oh, okay. Oh, wie soll man alle schön freilassen, bevor man sie wiederbelebt? Ey. Ja. Ja, weil keiner guckt, ob in der Nähe einer ist, Medik. Ja, das war eben grad Fresh hier freigelassen. Ja, Fresh guckt sowieso nie. Egal, was los ist. Oh, come on. Durch UBS-Aufnahme hakt das bei mir. Das ist Wahnsinn. Hä? Das läuft. Bei mir läuft die UBS eigentlich auch recht. Eigentlich. Dem hatte ich gestern Abend auch schon mal, dass er wohl meine Grafikkartentreiber irgendwie rumgespackt hat. Ich hatte das gestern bei FIFA. Da hat die Grafikkartentreiber. Ja, das lag aber an FIFA, an diesem Halloween-Pack. Immer wenn ich auf Kreuzseits gegangen bin, kam dieser Fehling. Geil. Oh, 92. Das gibt es nicht. Von mir läuft eigentlich. Ey, will der mich verarschen oder was? Das war ein eiskalter Headshot. Schon wieder ein Headshot und der lebt immer noch. So. Genau. Dauert jetzt ein bisschen, bis ich da bin. Na ja. Zwei Headshots und der lebt immer noch. Ey, das ist... Muss ich nichts zu sagen. Becker kommt vor. Nee, aber... Keine Ahnung, was da mit der Spiegelmechanik ist. Vielleicht liegt dahinter ein Medic und wirft dann da Medikits zu. Selbst dann. Ja, weiß man es. Okay, jetzt sind noch Mails. Ne, ich bin doch euch dabei getreten. Unsere Seite liegt in Führung. Bin ich jetzt im Gegner-Team. Oh ja, bist du... Unsere Seite liegt in Führung. Bäm, den habe ich richtig nice code. Au. Wollt ihr gewinnen oder verlieren? Oh, ey. Wir wollen gewinnen. Flash, bist du oben drin in der Burg? Da kommen welche rein. Ja, ja. Ganz oben. Da kommen gleich welche rein. Da sind sie schon. Oh, das ist jetzt schon das zweite Mal, dass der Wichser mich messert oder was? Ich bin jetzt bei euch im Gegner. Haha. Hm. Wir sehen hier keinen. Hilfe zählt als Kill, nice. Ja. Boah, der sieht mich. Der schießt einfach von... Oh nein, da war noch ein Anfänger. Der Feind liegt in Führung. Der Feind liegt in Führung. Ja. Bei Killzern, das ist ja nichts. Boah. Ist das Schlitterkanade eingetötet. Wo kommen die denn jedes Mal rein, ey? Wenn darf. Ja, ja. Ich guck grad, wo die Gegner hier sind. Die meisten laufen im Haus. Da hinten ist einer. Der Sniper. Oh, rechts ist auch einer. Killhilfe. Ich wurde befördert, Level 11. Oh, keine Ahnung. Ich habe einen auf den Arsch geführt. Pass auf, ich wurde beschossen gerade. Pass auf, ich schwere mich. Ich habe mich immer wieder bei dir nicht. Alter. Ach so. Nee, da komme ich jetzt nicht ran, MG. Nee, da komme ich jetzt nicht ran. Ja, was soll ich machen? Soll ich da jetzt durch die Gegner durchlaufen oder was? Ja. Wenn du nicht zu mir kommst, komme ich zu dir. Hm. Ich gehe mal sterben. Oh. Links von dir oben auf dem Berg ist einer, MG. Der Feind liegt in Führung. Ja, ich bin schon tot. Der Feind liegt in Führung. Ja, wie oft sagst du das jetzt noch, dass der Gegner in Führung ist? Das denke ich mir schon die ganze Zeit an. Bei zwei Punkte Führung musst du nicht immer quaken. Puh, ich spawnen direkt, explodiert hier was? Oh, come on, von der Seite. Ich habe einen anderen 86 gemacht. Gibt's doch nicht, ja. Der Feind liegt in Führung. Nein, hier wird doch ständig gestorben, ne? Das ist so das Ding. Was? Alter, mit der Schrotz, du wirst du mich verarschen. Danke. Oh. Unsere Seite liegt in Führung. Nice, endlich mal wieder ein Kill. Alter, geh halt down. Oh, da brauchst du nicht hingehen, Latze. Blödsinn. Na, hinter mir ist auch schon einer. Treten wir einfach mal bei. Ich schiebe gerade. Der Feind liegt in Führung. Genau, ey. Ich werde schon weggesnipert. Nein, da ist noch einer. Wollt ihr mich verarschen? Der Feind liegt ja schon außerhalb der Fester, ey. Ja, aber die Tür wird... Nein! Das ist ja nichts, ne? Wenn die Tür abgeahmt wird. Ne, ich wollte kurz mit Sniper selber, aber keine Chance. Alter, nur Killhilfe. Niederlage. Niederlage. Aber da hängen wir noch eine dran, ne? Natürlich. Guck mal, da wurde einer gebannt. Da werden wir alle an demselben Punkt spauen. Naja. Alter! Wie ist denn hier? Uh! Wurde ich jetzt getötet? Weiß es nicht. Mit einer Stielgranate, okay. Hey, wir liegen in Führung. Der ist kein Kampfgebiet mehr. Er läuft aus dem Kampfgebiet raus. Ich wusste, ich kenne die Map ja noch. Kein bisschen. Ich probiere die gerade so ein bisschen von hinten. Ich muss nachher mal ein anderes Aufnahmeprogramm ausprobieren. Das Tier kann es vergessen. Shadowplay. Oh, BS, das hakt. Das ist Wahnsinn. Und bei mir läuft's. Schon wieder aus dem Kampf? Was ist denn das hier? Ich hab noch keinen Gegner gesehen, ne? Jetzt seh ich den ersten. Oh. Ich hab schon zwei gerollt oder so. Ja, zwei hab ich. Wie Messer hat man? F? Egal. Bin ich so? Naja, bin so geholt. Wow, von hinten. Irgendwo sind hier Gegner. Hinter euch, MG. Auch vor uns. Ja, ich bin grad gemessert. Ja, ich bin grad gemessert. Hast du ne Arti-Grafikkarte? Ja. Streamen geht. Ohne Probleme. Streamen mit OBS geht. Aber sobald ich hier die Aufnahme mache... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich sollte mich hinlegen. Ich hab 46. Ja, wow. Bin tot. Lauf bei dir. Ja, ein HP, was willst du denn? Naja. Wow. Oh, wo? Come on. Ich lieg hier die ganze Zeit auf der Brücke. Ja, jetzt hat mich einer von hinten geholt, ey. Immer wenn man erzählen will, ne? Ja. Lieg hier die ganze Zeit auf der Brücke, werd nicht geh... und zack. Ja, ja. Und zack. Meistens so. Ich hol ihn mal, ne? Ja, ich hab ihm auch drei. Ich hol mal den nächsten, ne? Und den nächsten, ne? Das lief kurz, Mann. Oh, hinter uns! Ja, da kam einer, die, äh, Böschung holen. Ja, hab ich gerade. Satze? Jaaa. Mensch, lass mich doch erstmal eben aufstehen. Bist du verletzt? Aua, ich krieg Schaden. Von wo? Uncool. Von hinterhalb der Brücke. Ja. Und rechts kam auch einer. Ey, immer wo ich langlaufe, sind nur Mates, ne? Ich mach das jetzt anders. Ne bessere Campingstelle gibt's doch... Ja, toll! Macht mir meine Campingstellung hier kaputt, ihr Affen. Natürlich. Oh, da wollte ich mal steil aus der Kurve kommen und mich hier schön im... ähm... Eisenbahnwagon. Bäh, bäh, bäh. Verstecken. Boah! Graf! Mit der Panzerkanal. Noch übertrieben damit. Mit... mit Bazooka auf ne Tontaube schießen, oder wie? Kann man mal machen, ne? Unbedingt empfehlenswert. Da stören sich die Nachbarn dran. Ich hab nen Service-Star gekriegt. Ich hab nen Kill. Ist jetzt nen Orden dafür. Und noch nen Kill. Wenn's so weiterläuft, krieg ich vielleicht sogar nen Orden, ja. Boah! Wieso kommt da mir das jetzt sofort, als ob die Sporn nicht anders sich gedreht hat? Hat sich auch gedreht. Und das dreht sich tausendmal. Immer wenn ich grad zwei hole dreht, dass ich wieder... Ja, der hat mich jetzt natürlich gesehen. Wow! Gut, dass ich mich hingelegt hab. Ja, ich lag auch im Eisenbahnwagon und der hat mich trotzdem gesehen. Wir haben so gut wie gewonnen. Boah! Drei HP noch! Ich bin tot! Läuft bei dir! Ja. Du bist doch nicht der Einzige. Machen wir mal bei den drei HP-Typen. Hier. Ja, renn halt weg. Sorry! Er messert mich! Come on! Trupp ausgelöscht! Nein! Doch! Sauber! Da ist ein Mann drunter unterwegs. Höchst verscheidlich. Kann ich denn rausgehen? Ach! Kein Hitmarker kriegt... Das hakt bei... Das hakt bei mir, ey! Das ist Wahnsinn! Bei mir läuft es flüssig... Es fack... Ja, ich nehm nachher... Äh... Was anderes. Du aufnimmst. Das ist doch zum Kotzen. Nein! Da war noch einer! Come on! Das gibt es nicht. Zehn Kills, ne? Läuft! Bei einer Zau. Oh, da war noch einer. Schon wieder Trupp ausgelöscht. Da oben sind zwei, aber hinter uns war auch irgendwo einer. Zwei sind hinter uns auch. Oh, come on! Komm in das Kampfgebiet zurück, okay? Wird man hier schon regelrecht genötigt? Nein! Doch! Ich wollte in den Nahkampfangriff gehen. Wie sieht es denn eigentlich punktemäßig aus? Wir liegen leicht etwas vorne, aber auch nur leicht. Nur fünf Kills. Ja, ich treffe überhaupt nichts, ey, mit diesem scheiß Gehake hier, ey. Weißt du, zielst du dahin, wo er ist, ey, im nächsten Augenblick ist er woanders hingelegt. Läuft bei dir. Ja. Ich hab den letzten, oder? Ich weiß es nicht. Könnte sein. Alter. Nur Natze ist nur ausgeglichen. 100 zu 99. Das war knapp. Ja, ja, ja. So, damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.